wir hängen gerade im uphill aber wir haben eine ankündigung für euch und zwar planen wir live zu gehen direkt vom gardasee so wie es aussieht vom bus oder wenn schönes wetter ist von irgendwo draußen am berg oben ganz genau und was wir dafür brauchen sind ein paar fragen von euch deswegen schreibt uns gerne fragen unter dieses video was wir dann beantworten sollen damit wir zum einstieg schon ein bisschen was haben was wir beantworten können und dann geht natürlich live wenn es soweit ist 18 uhr donnerstag und jetzt wäre es natürlich schlau gewesen wenn ich mir das datum gemerkt hätte es wäre zu einfach gewesen donnerstag der 28 april 18 uhr sind wir dann live live und wie gesagt jetzt schon fragen stellen die werden dann auf jeden fall beantwortet petra wie alt bist du ja alles wird dann beantwortet was gefragt wird allerdings fast alles nur live ja nico macht ja schon wieder kleine ausnahmen nichts unter der gürtellinie schauen wir mal was kommt an fragen donnerstag 18 uhr 28 april live direkt vom lago di garda abonni